So, ihr Lieben, ich sitze mal wieder vor dem PC und möchte euch ein Spiel vorstellen, das heißt In Requiem. Da ich kein Spanisch kann, nehme ich Englisch. Ja, dann wollen wir es mal starten, ne? Das sieht ja cool aus, ja. Und auf dem Pedestal, diese Worte appear. Mein Name ist Ozymandias, King of Kings. Look on my work, she mighty, and despair. Vanity of Vanities, said the preacher. Vanity of Vanities, all is vanity. Vanity, Vanity. So. Angekommen. Okay. Ach Mensch, ein Playstation Joypad. Ja, den habe ich jetzt gerade aber nicht zur Hand. Haha, also muss ich hier mit den Tasten klarkommen. Sag mal, bin ich irgendwie Arndman oder ist das hier so riesig? Ich bin ein bisschen schneller am laufen. Oh, Espacio. Die Späßtaste. Oh, ich bin eingefroren. Hä? Wie geht's? Wie geht's? Find a spirit statue. It defrosts you. Ah, ich kann einen Arrow aktivieren. Jetzt zeige ich mir dann die nächste Statue an. Das ist ja toll. Super, geht sowieso nur links rum. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, bevor wir hier komplett eingefroren sind, wa? Ah, super, ich kann eine Map benutzen. Ja, toll. Da geht es hier auch nur darum. Ist das eine Statue? Ist das eine Statue? Komm. Ja. Ah, ich bin defrosted für eine Weile. Oh, dann gehe ich mal ins Licht. So, press any key to continue. Habe ich jetzt schon zwei Keys gedrückt zum Continuen. Find the six statues before freezing. Einer habe ich schon, einer habe ich schon. Das ist echt, echt cool. Ja. Ich bin eine gute Atmosphäre, muss ich sagen. Komm, defroste mich. Oh. Scheiße. Also das haben die echt ganz nett gemacht hier, muss ich sagen. Das ist echt süß. Oh, das ist ja so. Ja, die hatte ich doch wohl schon, ne? Ah, das ist ja witzig. Die Frosty. Echt cool, ja. Komme ich hier wieder raus oder nicht? Oh, ein Eisbär. Ich habe leider keine Zeit, ich friere nämlich. Da muss ich schmisch beeilen. Espacio. Da ist sie. Ich habe alle gefunden. Hey, ich habe mal ein Spiel geschafft. Juhu. Hey, eine Statue. Hey, andere Statue. Tell that it sculpted well those passions red, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mock them, and the heart that fed. And on the pedestal, these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Ozymandias. Look on my work, she mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. Ja, ich finde das Spiel hat eine geile Atmosphäre, ist wirklich ganz nett gemacht. Ja, ich habe ein Spiel geschafft, yeah. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es uns doch in die Kommentarbox. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, von den ganzen Spielen, die man so free to play kriegen kann für den PC, aber auch anderes auf der PS4, dann abonniert uns gerne. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ja, hier noch kurz der Abspann. Bis dann, ihr Lieben.